So, hallöche meine Freunde, nochmal jetzt, Entschuldigung für die Leute auf Twitch, aber ich muss jetzt nochmal eine neue Ansage machen. Herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play, beziehungsweise ein Let's Play Together im Live-LP. Wir spielen heute Broforce mit zusammen, dem Maddox. So. Ja, wunderschönen guten Tag zusammen. Das war ein bisschen spät, aber okay. Ja, kannst du raus schneiden. Ja, das schneide ich natürlich alles raus. Ich musste zugeben, dass ich die erste Folge jetzt nochmal wegschneiden musste, weil wir einfach nicht wussten, wie wir zusammen in ein Spiel kommen. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Aber wir starten jetzt sofort rein. So. Das Spiel hat anscheinend sogar einen gewissen patriotistischen Anhauch. Und ich denke mal, das wird genau das Richtige sein. Nur die Ladezeiten sind manchmal ein bisschen scheiße. So, wo bist du? Wieso bist du nicht da? Ich hab einen schwarzen Bildschirm. Achso. Jetzt bin ich da, aber wo bist du? Warte mal, ich bin hier. Kannst du Vierheck drücken? Dachte ich mir. Hoha. Okay. Uh. Ja, ja, ja. Ja. Oh, wir müssen sogar zusammen auf einem Bildschirm bleiben. Uh, das ist ein bisschen schwierig. Okay. Rüber. Ja. Da ist ein Kumpel. Ah, das war derselbe Kumpel. Yeah, wir haben den Bromando, joins the battle. Jawohl, wir haben einen neuen Charakter. Achso, das ist der, den du hast wahrscheinlich, oder? Ja. Okay, das ist der Bromando. Du hakelst ein bisschen. Kommt mir zumindest vor. Ja. Ups. Ich bin runtergefallen. Uah. Ja. Ah, scheiße. Hä, wie soll man jetzt da hochkommen? Ah. Los, kommit. Yeah. Das war schon Level 1. Das war Level 1. Hahaha. Sieben und 50 Sekunden, Mann. Ey, wie sind voll der Reise hier. Was? Ich hab eine Minute viel gebraucht. So, scheiße. Los geht's. Ah. Nein. Nein. Ich lebe noch. Huh. Uh, 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 uh. Wir gehen hier hoch. Ah, uh, uh, uh. Ah, uh, 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 uh. Au. Oh. Oh, Bro-Ruckus. Boah, Bro-Ruckus. Oh, ich bin Bro-Ruckus. Jawohl, jetzt bin ich Bro-Bur-Ruckus. Das haben wir du den mal in. Oh. Du bist, du bist, äh, Mac-Brover. Mac-Brover? Oder meins Mac-Gyver? Ich will mal jemand anderes sein. Yeah. Bro-Ruckus. Bro-Ruckus. Oh, was, ey. Oh, der, was hat der denn hier? Der hat TNT. Das, das kenn ich noch. Das musste mal an einen von den Gegner dran schmeißen. Oh, oh. Vorsicht. Ah. Ah. Ja, man stirbt hier übrigens mit einem Schuss, ne? Stirb, Satan. Ja, ich Mac-Dai schon. Komm hoch. Du bist Player 2, ne? Ja, du bist Player 2, du bist da unten. Super Start. Die ersten zwei Level schon gleich mal weggefetzt. Oh ja, da hat's zwei von uns erwischt. Ich find die Musik ja so geil. Vielleicht sollte ich mir das mal auf Gitarre beibringen. Nur mal so vielleicht. Oh, ich heiße... Ah. Ja, das war nichts. Und ich heiße damit herzlich willkommen, die, die gerade zugeschaltet haben. Oh, Mann. Jetzt muss ich erstmal, glaub ich, irgendwie einen retten, damit ich dich wiederholen kann. Oh, da unten ist doch jemand. So. Au. Ja. Wer bist... Du bist Braid? Du meinst wohl eher Blade. Oh, Mann, der ist so cool. Schwing dein Arsch hier hoch. Wo ist er denn? Übrigens, auf Kreis kann man so eine Spezialattacke machen, aber pass mit Braid auf. Das wollte ich gerade noch so erwähnen, dass er irgendwie so nach vorne jumpt dann. Oh, shit. Oh, shit. Ah. Ich fackle ja einen nach dem anderen ab. Yeah, wer bin ich jetzt? Oh, ich bin wieder Rambo. Achtung. Oh, ja. Scheiße, ich bin tot. Aber warte. Du musst mich retten. Irgendwo. Da unten, jawoll. Yeah. Da ist er. Bro Heart. Was ist denn jetzt? Ich bin Bro Heart. Bro Heart. Ja, was denn? Ich bin Bruce Willis. Ach so, ja. Mensch, richtig. Okay, hauen wir ab. Das hast du jetzt aber ganz knapp noch geserbt. Das war safe, war das? Jetzt habe ich gerade vor lauter Aufregung total vergessen, einen Timer zu stellen. Oh, das tut mir aber leid. Ja. Ja. Alter, das ist saugefährlich, was wir hier machen. Absolut. Wer bist du jetzt? Yeah, du bist Chuck Norris. Nein, du bist tot. Was, du bist Judge Stredd? Ich glaube es nicht. Du, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Jawoll. Läuft. Läuft bei dir aber sowas. Oh mein Gott. Was das? Boozers. Oh Gott, die haben ein bisschen zu viel Steroid. Die haben ein bisschen zu viel geschluckt, oder? Ein bisschen. Ein bisschen auf Steroid. Was hatte ich überhaupt für eine Spezialfähigkeit? Oh. Wow. Du bist tot? Okay. Okay. Hey, ich buddle mich mal darüber. Und ich glaube, da drüben ist noch... Ja, aber ich... Aber da steht doch Leben 2. Ach so, da unten bin ich. Ja, toll. Jetzt bin ich auch tot. Lass mal mit hier rüber gehen. Oh shit. Ah! Warte, 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 warte. Ich decke mal eine Granade. Ja, warte mal. Ja. Nein! Scheiße, ich hab mich grad selbst gekillt, ich depp. Das ist sensationell. Ich weiß, ich bin eine Sensationsbombe. Oh, hier ist noch eine Safe. Wo ich? Wo ist denn? Ah, hier oben. Ich lebe wieder. Okay, wir kommen jetzt... Wir kommen jetzt wieder zurück. Hier lang, oder? Ja, genau. Da kommen nämlich die oben, die Jungs. Die haben gar nicht ums. Naja, so wird das, glaube ich, nix. Ja, jetzt musst du es reißen, ne? Du weißt schon, du... Das Schicksal... Das Schicksal von Amerika liegt jetzt in deiner Hand, mein Freund. Kann ich ihn von hinten überraschen? Ich weiß nicht. Ja. Warte einfach, bis er geschossen hat. Okay, der schießt... Der schießt immer in Salven. Wenn ich probiere mal Kreis aus bei ihm. Ja, das war nix. Oh, sehr gut gemacht. Jawoll. Okay, ähm... Komm schon. Ja. Jawoll. Meddax rettet den Tag. Die Welt. Area liberated. Jetzt geht's weiter. Oder war's das schon? Oh, das war's von dem Gebiet. Okay, Nummer zwei. Drei. Da zinnere ich mir die Feuerwehre und so, ne? Natürlich, wir haben jetzt das Land hier befreit. Demokratie kickt rein. Was steht da? Dies ist Cambodium. Und schon bald wird es Cambodium an die Arbeit. Bedrohungsmeter ist gelb. Bedrohungsmeter. Uh, das ist ja wie bei American Dad, der Terroristen-Warner. So. Was, jetzt bin ich aber gespannt. Ich glaub, da kommen jetzt auch mal neue Gegner, oder? Wieso bin ich Mr. T jetzt? Warte mal kurz. Huh? Oh. Oh. Ja. Ähm, ja. So geht's natürlich auch. Ja, gut getroffen. Ich rette den mal. Mac Brover. Ich leb noch. Jetzt hab ich gar nicht gesehen, was passiert ist, weil ich gerade so ne Cutscene hatte. Da ist einer so runtergesprungen, so auf. Ah, verdammt. Was sollte ich denn machen? Ah. Da ist noch einer. Rette. Ja, obwohl. Ich rette ihn mal. Jetzt haben wir wieder zwei Leben. Ah, jetzt bin ich wieder der hier. Bei dem. Da oben musst du aufpassen. Bei diesen Eingängen. Das kenn ich noch. Da kommen die unbegrenzt. Da muss man den Boden unten drunter wegschießen. Da ist auch ne Fackel. Äh. Ne Fackel. Ne Flagge. Gott. Äh. Mach du das mal. Ach du Scheiße. Wieso bin ich denn jetzt? Das war knapp. Ich glaub, ich muss irgendwie was da... Äh. Warte mal. Bienen? Hab ich da gerade einen Bienenstock runtergeschmissen? Ja, das... Ja. Man muss auch immer auf herabfallende Sachen achten, irgendwie. Hab ich gemerkt. So, jetzt müsstest du eigentlich wieder da sein, oder? Ja. Oh, geil. Bro in the black. Bro in black statt man in black. Ich glaube, es hackt. Hast du auch die Grille dabei? Ja, die Grille. Oh, ja, nee. Ist klar. Mit... Mit Rückstoßen. Boah, Scheiß Selbstmörder. Pff. Ich glaube, es hackt. Siehst du den? Oh, shit. Nein. Ah. Nein. Oh, ey. Also, das Spiel ist definitiv was für mich. Ah. Ich will da hoch. Äh. Nein, ich rutsche ab mit meinem Messer. Oh. Verdammt. Nein. Was mach ich denn eigentlich? So. Ist nur noch darüber. Flagge aktivieren. Oh, du bist wieder da. Oh, hallo. Äh, warte mal. Oh, das war zu weit. Äh. Gut gemacht. Warte mal. So. Ja. Jawohl. Höh. Nein. Oh. Ich leb noch. Braid. Jawohl. Braid ist cool. So. Ich weiß, wie ich da rüberkomm. Höh. Ja. Großes Kino. Los, komm rüber. Oh mein Gott. Oh. Ja. Ja. Klär das mal. Los, komm rüber. So. So, das war aber knapp. Oh, kaut sich. Wieso kommt denn da jetzt ein Auto? Das sieht aus wie ein Truter mit einer Bombe im Arsch. Ja. Oh mein Gott, ich bin tot. Ist dein Ernst? Mhm. Ich bin draufgegangen. Oh, hallo neue Zuschauer. Willkommen bei Bro4Stream. Du musst was... Ach du Scheiße. Was zum Geier. Ja. Boah. Dann spritzt die Suppe hoch. Ich hab ein Geschenk for you. Jawohl. Ja, ist doch mal. Boah. Ja. Ja. Sehr gut, sehr gut. Area liberated. Jetzt kann es ja nur noch leichter werden, ne? Jetzt, wo wir uns eingespielt haben. Was bin ich denn? Ach, ich bin schon wieder der Man... Äh, der Bro in Black. Mal, ist hier unten irgendwas? Ja, ich glaub, hier ist ein sicherer Weg. Ich mach mir einfach selber einen Weg. Ne, warte. So. Boah. Ich hätt' gelacht, wenn du jetzt abgestürzt wirst. Warte mal, hier ist noch ne Flagge. So. Die aktivieren wir mal. Oh, oh. Vorsicht. Ja, lol. Hör auf. Jetzt pass' ich auf, weißt du. Ich bin nicht erschossen. Jawoll. So. Da oben wird mir angezeigt, da ist einer. Verdammt. Ja. Au, das hat weh getan. Mann, ich treff die nicht. Ich weiß aber was fies ist. Das kenn' ich noch. Ja. Du kannst die Dinger nämlich auch einfach so an die... an die Seiten irgendwo dran klatschen. So, hier so. Ach so. So, da müsstest du doch jetzt eigentlich wieder auftauchen, oder nicht? Ne? Oh, shit. Ja, genau. Schieß auf mich. Ah. So, weg mit dir. Da, da bin ich. Jawoll. Jetzt bist du wieder da. Ja, du bist wieder Judged Red. Oh, shit. Hey, du lebst noch. Oh, ja. Hier unten. Hey, pass auf, da drüben sind Hunde. Mann, ich spreng erst mal den Weg frei. Ja, kannst. Jetzt kann ich dir dafür, wenn der so viel TNT dabei hat. Äh. Boah, das...